Ja, ich kann mit dem Praktischen beginnen. Im Rahmen dieser Reihe hatten wir in Erfurt eine Station, da ging es um die Energiekämpfe in unserer Gesellschaft. Da habe ich von unserem Plan in Thüringen geredet und den vorgestellt und das ist auch abgedruckt in der Zeitung Luxemburg, dass wir uns vorstellen, die größte Rekommunalisierung in Deutschland auf den Weg zu bringen. Damals war das mal ein politischer Traum, den verfolge ich nun über mehrere Jahre hinweg und jetzt sitze ich heute hier und kann sagen, wir sind mitten in den Verhandlungen. Die Signale sind da, E.ON Thüringer Energie AG kann durch die Stadtwerke gekauft werden, 900 Gemeinden, denen jetzt schon 36 Prozent an diesem Regionalversorger gehören, plus die Stadtwerke werden bis zum Jahresende 100 Prozent an der Thüringer Energie AG erwerben. Und es wird nicht nur ein Erwerb sein, sondern es wird der zentrale Punkt sein, um die Energiewende im eigenen Bundesland anders steuern zu können. Das heißt, Themen, die Professor Welser gerade angeschnitten hat, wie die regionale Entwicklung, werden im Wesentlichen davon geprägt, ob dieser kommunale Energieversorger dafür sorgt, dass zum Beispiel Gemeindewerke oder Bürgergenossenschaften oder Energiegenossenschaften, als Beispiel von Schönauhaus gerade gefallen, ob die möglich sind. Bislang war es so, dass der E.ON Konzern dafür gesorgt hat, dass natürlich seine Kraftwerksvolumina ausgelastet werden. Wir hatten in Thüringen den strategischen Nachteil, dass 80 Prozent der Energieversorgung außerhalb Thüringens produziert wurden. Das heißt, es war eine reine Importsituation, wo das Kapital abfließt. Wir könnten es jetzt drehen. Es ist zum ersten Mal ein Element, bei dem wir am Schluss den regionalen Kapitalstock erhöhen. Zum ersten Mal das Thema Re-Regionalisierung ins Zentrum von politischer Arbeit stecken. Die Schwierigkeit ist nur, ist das schon der Beginn der Energiekampf von einer Diskussion über den Sozialismus? Ist das die kraftvolle Antwort auf den Kapitalismus? Auf die Fehlentwicklung an den Börsen? Und deswegen will ich mein Einstiegsstatement noch von der anderen Seite beginnen. Ich bin ja bis heute Gewerkschafter, habe ein ruhendes Arbeitsverhältnis, bin in der Gewerkschaft sozialisiert. Die Frage, was ist solidarischer Kampf, den habe ich vor 20 Jahren anders beantwortet wie heute. Also für mich ist es sehr bedrückend zu sehen, wie Schlecker geändert hat. Nur muss ich einfach sagen, damit da keine Romantik aufkommt, die Arbeitsbedingungen bei Schlecker waren immer eine Katastrophe. Wir haben als Gewerkschaft HBV immer gegen diese Arbeitsbedingungen gekämpft, weil gleichzeitig die Löhne dafür gesorgt haben, dass dieses Unternehmen funktioniert hat auf dem Rücken der Beschäftigten. Jetzt wird dieses Unternehmen lax abgewickelt. 15.000, 18.000 Menschen werden arbeitslos und es gibt keinen Aufstand. Gar nichts. Weil die nicht in einem Raum arbeiten. Die arbeiten alle atomisiert irgendwo. Es gibt sehr wenige Betriebsräte. Es gab einen langen Kampf. Unser jetziger Vorsitzender hat da eine große Aktie dran, dass überhaupt bei Schlecker Betriebsräten entstanden sind. Und dann wird so ein Unternehmen abgewickelt und auf einmal merkt man bei uns, jetzt fehlen die Dorfläden. Als die Konsumgenossenschaften hops gegangen sind, hat kein Hahn danach gekräht. Da hat mir damals die Landesregierung in Thüringen gesagt, was interessiert uns Konsum. Aber als im Dorf kein Laden mehr war, da hat man gemerkt, jetzt geht die Abwanderung los. Wir haben eine Situation in Thüringen, 45 junge Leute wandern jeden Tag ab, unwiederbringlich. Und sie wandern nicht in Erfurt oder Jena ab. Sie wandern in Ziegenrück ab oder sie wandern am Thüringer Wald ab oder sie wandern in Atern ab. Und das Ergebnis ist, dass wir in Thüringen vor der Frage stehen, ob wir in Zukunft Wolfserwartungsland sind, weil wir ganze Regionen verlieren, die sich nicht mehr finanziell tragen können. Und da stehen so Fragen, die Professor Welzer anspricht. Wir müssen sie für uns diskutieren, aber ich merke, es ist keine gesellschaftliche Diskussion. Es ist eine Diskussion von Leuten, die Zahlen dazu liegen alle vor. Professor Sedlacek hat sie in Thüringen alle aufgelistet. Es gab jetzt vom VDAK, vom Ersatzkassenverband dazu nochmal eine Studie, was passiert, wenn die letzten Landärzte weg sind. Und jetzt fangen wir an, eine Diskussion bei uns zu führen und programmatisch aufzuarbeiten, was bedeutet es, ein Landambulatorium aufzubauen in kommunaler Hand. Was bedeutet es, die Gemeindeschwester wieder zu haben. Und was bedeutet es, wenn eine Gemeindeschwester in einer Region ist. Und was bedeutet ticketloser Personennahverkehr, der als Angebot flächendeckend funktioniert. Im Moment haben wir 30 verschiedene ÖPNV-Anbieter und das Land Thüringen als Schienenpersonen-Anbieter. Und die legen dann jedes Mal die Strecken still und kannibalisieren sich selber mit ihren Buslinien, die dann die eigenen Strecken still legen. Jetzt ist nur meine Frage, ist das eine attraktive gesellschaftspolitische Diskussion? Führt das zu einer Diskussion zum Sozialismus oder zur Überwindung des Kapitalismus? Oder wie verbinde ich es damit? Weil das Problem ist, man erwartet ja von einer Partei, dass sie irgendwie parteipolitisch argumentiert. Ich sehe aber, dass wir gesellschaftspolitisch in der Frage, wohin geht Thüringen, Antworten geben müssen, die was mit Erkenntnissen zu tun haben, die zum Beispiel Menschen, die in der DDR sozialisiert sind, bei der Gemeindeschwester nicken alle und sagen, klar, der Westdeutsche stellt sich was ganz anderes unter der Gemeindeschwester vor. Weil die Funktion in Westen eine andere war. Und das sind so für mich Themen gewesen, die mal in den 90er Jahren zu meinem Engagement West-Ost Feindbilder überwinden geführt hat. Erfurter Erklärung, das war das erste Mal der Versuch, über die jeweiligen Linien hinweg zu gehen und zu sagen, es gibt doch Wissen und Kenntnisse und Fertigkeiten, die wir voneinander wissen müssen. Und ich glaube, dieser Diskussionsprozess ist jetzt dringender denn je. Und eine ziemlich massive Geschichte, die mich bewegt, das ist eben so genannt worden, heute der Tag mit ESF und ESM und wie heißen die alle, GmbH und Co. KG, man kann sich das ja schon fast nicht mehr merken, man weiß nur noch, es geht um viel Geld und das ist irgendwie weg. Und man weiß nicht, wer es kriegt. Das weiß ich nicht, ob man es wirklich weiß. Weil wenn man es weiß und wenn man es wüsste, dann bleibt die Frage, was tut man dagegen. Und deswegen wollte ich das so provozierend sagen. Also ich habe als Junggewerkschafter in den 70er Jahren gelernt auf meinen Lehrgängen. Uli Briefs war das vom damaligen DGB-Wissenschaftlichen Institut, der hat uns das immer beigebracht. Wenn das mit der Geldwährung und der Geldwirtschaft so weitergeht. Damals war das Verhältnis zwischen Realwährung und Finanztransaktionen auf dem Weltmarkt bei 1 zu 7, 1 zu 8. Heute liegen wir bei 1 zu 15. Das heißt, auf einen Dollar Warentransfer kommt 15 Dollar Finanztransfer. Und da sage ich mal als Kaufmann, dass das nicht mehr gesund sein kann, weil dort Dinge gehandelt werden, die irreal sind. Und auch verhandelt werden, die irreal sind. Und deswegen komme ich mal bei der Diskussion um die Erfurter Erklärung, saß immer die heutige SPD-Generalsekretärin mit in der Diskussionsrunde. Und die hat damals gesagt, warum man die Umstellung auf privates Rentensystem ablehnen müsste. Das hat sie immer schlüssig erklärt. Wenn man 10 Euro anlegt, mal 40 Millionen Einwohner im Monat, sind wir bei 480 Millionen. Wenn man das mal 12 nimmt und so weiter. Also man ist dann relativ schnell bei Zahlen, die wenn es nur 10 Euro sind, 4,8 Milliarden im Jahr sind, die angelegt werden müssen. Wenn es 100 Euro sind, sind wir bei 48 Milliarden. Wenn es 200 sind, die man privat vorsorgen soll, sind wir bei 96 Milliarden. Nehmen Sie einen Taschenrechner, rechnen Sie es durch. Die Frage ist nur, wo kommt denn die Zinserwirtschaftung her, die diese Kapitalberge dann bedient, um anschließend die Zukunftszusage, dass man dauerhaft damit seine Zukunft gesichert kriegt, nämlich Rente, dass das funktioniert. Und dann merkt man, das geht irgendwie nicht. Und ich habe mich immer gewundert, bei Mannesmann, als Mannesmann verkauft wurde, gab es ja das große Erschrecken, wie kann denn Mannesmann von Vodafone verkauft werden und der Ackermann ging dann mit diesem Bild in die Geschichtsbücher ein. Tatsächlich war es der amerikanische Lehrerpensionsfonds, der den Ausschlag gegeben hat, weil er nämlich Rendite gemacht hat. Und zwar, weil er den Auftrag hat, Rendite zu machen. Er hat gar keinen anderen Auftrag. Er hat keinen Auftrag, moralische Instanz zu sein, sondern hat den Auftrag, das eingelegte Kapital der amerikanischen Lehrer, in ihrer Pensionskasse abzusichern. Und wenn man das Doppelte an Profit machen kann, macht man das. Also so funktioniert das. Deswegen ist die Frage von Regulierung, von Tobin-Tags, Transaktionssteuer, all diese Dinge, die ja alle bekannt sind, also es ist überhaupt nichts Neues. Man muss überhaupt nichts Neues dazu sagen. Ich diskutiere das allerdings bei uns mit unseren Unternehmern. Ich frage die immer, was bedroht sie mehr? Die Linke, der Weltkommunismus oder ein Finanzsystem, das ihnen ihre Existenz ruiniert, weil sie am Schluss von ihrer Bank einfach keinen Betriebsmittelkredit mehr kriegen. Und interessanterweise kommen wir dann auf Diskussionen, ob das alles noch vernünftig ist, was wir da tun. Und dann sind wir bei Regionalwährung. Auf einmal, also es ist ein Thema, das gilt unter Linken immer so als Tabuthema. Aber die Frage ist, wenn die Währung futsch ist, also ich würde es nur mal sagen, gesetzlich ist geregelt, dass ihre Landratsämter denn dazu da sind, ein Notgeld auszugeben. Also geregelt in Deutschland ist das. Nur reden tun wir nicht drüber. Im Chiemgau funktioniert es als Parallelwährung. Kann man sagen, Spinnerei. Wird dann sofort durchideologisiert. Ich erlaube mir nur ab und zu drüber nachzudenken. Oder die Frage von Produktion. Ist eine vernichtende Produktion eigentlich richtig? Da gibt es dann einen Lehrstuhl in Amsterdam oder in Rotterdam, weiß ich nicht, Professor Braungart, Cradle to Cradle, der einfach drüber nachdenkt, ob man das, was man einsetzt an Grundstoffen, ausleiht, um es anschließend zurückzugeben. Denken Sie mal an die Form von Handys. Da kriegen wir jetzt die Aufrufe, wir sollen die Handys, als wenn ein Winterhilfswerk anstehen würde, man soll die Handys abgeben. Weil das ist ein Rohstoffbasis, was bei allen Menschen zu Hause rumliegt. Kostet alles nichts, ruiniert aber unsere Zukunft. Und die gesamte Produktion, also da kommt zum gelben Punkt, der grüne Punkt. Ich weiß nicht, hier gibt es jetzt in Berlin eine neue Tonne, wo man dann seine Elektrogeräte reinschmeißen soll. Die Frage ist, ob das die richtige Antwort ist. Und deswegen neige ich dazu, dass wir über diese Dinge viel gründlicher reden müssten, weil wir ruinieren tatsächlich unsere Zukunft. Und letztendlich bleibt aber für mich eine Kernfrage. Macht und Einfluss oder Ohnmacht und Entwertung. Und die Klammer dazwischen kann nur Solidarität sein und solidarische Prozesse. Die funktioniert aber nicht mehr mit dem Gebrauchsmuster links-rechts. Also mit dem, wir reden mal über Kommunismus. Weil in Deutschland funktioniert das immer am schlechtesten. In Frankreich könnte man da relativ locker drüber reden. In Italien und Portugal und Spanien auch. Aber tatsächlich, bei uns wirkt Antikommunismus nach wie vor weiter. Die Systemauseinandersetzung in Deutschland geht eben quer durchs System. Und die Erfahrung, die Menschen gemacht haben, während sozusagen die industrielle Produktion in der DDR zusammenbrach, hatten die westdeutschen Kollegen Überstunden in Größenordnung. Sie haben sozusagen die eine Seite von der anderen Seite ziemlich nicht mitgekriegt, was da passiert. Und wenn dann die Frage steht, bricht das System gerade zusammen und wir merken es hier in Deutschland nicht, dann stimmt das. In Deutschland merken wir es am wenigsten. Und die, die es merken, die sind still, weil sie zu Hause sitzen. Oder weil sie ausgegrenzt werden aus der Gesellschaft. Aber noch kann die Mehrheitsgesellschaft ausgrenzen. Aber in der Zwischenzeit, Griechenland, merkt es das ganze Land. Da sind es dann sozusagen die Lehrer, die dann um 25 oder 30 oder 40 Prozent ihr Lohn gekürzt kriegen. Da wird es auf einmal zur kollektiven Dimension. Und in Spanien, 50 Prozent der jungen Leute sind arbeitslos. Die merken es auf einmal kollektiv. Deswegen meine Befindlichkeit, dass wir gesamtgesellschaftlich tatsächlich über Veränderungsprozesse dringend reden müssen. Und das weit über Parteigrenzen hinaus, weil die Frage von Zukunft hat was damit zu tun, ob wir ein solidarisches System entwickeln. Da gehört, was Anneli Bundenbach sagt, die Diskussion um gute Arbeit. Das hört sich so harmlos an. Aber gute Arbeit hat was damit zu tun, dass noch Standards eingehalten werden. Und zwar positive Standards. Dass dabei Diskussionen auch möglich sind. Wie kann ich eigentlich meine Arbeitskraft erhalten? Die einen werden krank vor Arbeitslosigkeit. Die anderen werden krank vor Überstunden. Da stimmt doch was nicht in dem Verteilungssystem. Und die Diskussion, die wir in den 80er Jahren in Westdeutschland hatten, um die 35-Stunden-Woche, hatte was mit dem Begriff der guten Arbeit zu tun. Das ist irgendwie in dem gesamtgesellschaftlichen Diskussionsprozess verloren gegangen. Deswegen finde ich es wichtig, dass der DGB zumindest die Diskussion wieder dahin lenkt. Trotzdem bleibt im Kern am Schluss die Frage, solidarische Sicherungssysteme, auf die die Menschen vertrauen, über Blüm lacht man heute, weil er immer gesagt hat, eins ist sicher, die Rente. Heute wissen wir, dass er das zwar ernst gemeint hat, aber nichts dafür hat tun können. Trotzdem bleibt die Frage, wollen wir am Schluss auf ein Rentensystem vertrauen, das auf dieser Kapitalbasis funktioniert, dann bin ich bei Welser, der sagt, wahrscheinlich wird das keine Chance haben. Das glaube ich auch, angesichts der ganz normalen Entwicklungszahlen, die dem zugrunde liegen. Oder schaffen wir es, ein soziales Sicherungssystem aufzubauen, in das alle einzahlen, das für alle da ist und das auch als gesamtgesellschaftliches Sicherungssystem funktioniert. Und da bleibe ich dann so mal ganz, sozusagen ganz biblisch. Einer trage das andere Last und wer mehr tragen kann, muss auch mehr auf die Schultern geladen kriegen. Und die Frage ist, ob wir die Kraft dazu entwickeln, dass solche Sätze in den Mittelpunkt von Auseinandersetzungen kommt, ohne dass jemand nur christlich werden muss. Aber die Frage einer trage des anderen Last als Lastenausgleichsauseinandersetzung wäre mal eine spannende. Nach 1945 in Westdeutschland hatten wir das, da hieß es Lastenausgleichsgesetz. Über sowas darf man ja heute offenkundig nicht mal mehr reden, dass die Staatsschulden abgebaut werden könnten, wenn man tatsächlich reale Vermögen besteuern würde, und zwar als Realbesteuerung und als Substanzbesteuerung. Dann gilt man ja schon als kommunistischer Weltverhetzer. In Wirklichkeit geht es nur um eine Zukunftsfrage. Halten wir das noch so aus oder halten wir es nicht so aus? Wenn wir es so laufen lassen, wie es am heutigen Tag gerade eingeleitet wird, dann werden wir es am Ende nicht mehr aushalten, weil wir dann entwertet werden. Wir sind dann die Ohnmächtigen. Und ich würde gerne, dass die Menschen wieder in eine Lage kommen, sich selber zu mächtig, also als Teilhaber und Teilnehmer emanzipatorischer und partizipatorischer Prozesse zu verstehen. Das bedeutet aber mehr wie nur über Sozialismus oder Kommunismus zu reden. Vielen Dank.